Heute haben wir was zu Legion, zu Hulu und mehr. Das geht ab im Fandom. Willkommen zu Marvelous Supreme. Fangen wir mit Spider-Man Far From Home an. Da gab es diese Woche einen neuen Trailer, der ziemlich große Endgame-Spoiler enthält. Wir schauen uns das Video am Sonntag genauer an. Avengers Endgame liegt aktuell bei ca. 2,194 Milliarden US-Dollar weltweit Umsatz und hat damit Star Wars The Force Awakens und Titanic hinter sich in der Top-Liste gelassen, was nach dieser kurzen Zeitspanne wahnsinnig beeindruckend ist. Lediglich Avatar liegt noch vor Avengers 4, allerdings deuten Hochrechnungen darauf hin, dass unsere Marvel-Helden diese Marke tatsächlich knacken sollten. Legions letzte Staffel auf FX hat ein offizielles Release-Date bekommen. Haller kehrt zurück am 24.06.2019 für den finalen Akt. Disney hat für die nächsten Jahre zahlreiche Filme angesetzt, darunter natürlich auch viele teilweise unbetitelte Marvel-Filme. In diesem Zuge haben die New Mutants einen neuen Kinotermin bekommen und zwar am 3.04.2020 ist dieses Projekt nun eingeplant. Danach am 1.05. und am 6.11. haben wir noch zwei unbetitelte MCU-Filme. Am 12.02., am 7.05. und am 5.11. folgen dann drei weitere Streifen im Jahr 2021. Und für 2022 haben wir die Termine 18.02., 6.05. und den 29.07. Wir sollten im Laufe des Jahres noch die ersten paar Titel erfahren und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt auch sicherlich über den Rest noch ein wenig diskutieren. Rausgeflogen sind außerdem drei der geplanten Fox-Marvel-Projekte und Gambit. Und dieses Mal scheint es endgültig zu sein. Zu Marvel's The Eternals gab es Casting-News. Laut The Wrap wurde Richard Madden dazu geholt, den man am besten von Game of Thrones als Robb Stark kennt. Variety fügte später in einem eigenen Bericht hinzu, dass er als Icarus gecastet wurde. Die Gruppe der Eternals nimmt also langsam aber sicher wirklich Gestalt an. Und dann haben wir noch phänomenale Nachrichten von Hulu. Mit Marvel's Ghost Rider und Marvel's Hellstrom bekommen wir zwei neue Shows auf Hulu im Jahr 2020. Hellstrom wird sich um Damon und Anna Hellstrom drehen, die Sprösslinge eines mysteriösen Serienkillers, die sich in diesen Gefilden rumtreiben und aufräumen. Die Ghost Rider-Serie dreht sich um Robbie Reyes und noch viel besser Gabriel Luna kehrt zurück, um den Part zu spielen. Wirklich bombastische Entwicklungen für Marvel TV und Hulu scheint sich, wie wir es spekuliert haben, in Richtung neues Marvel TV HQ weiterzuentwickeln. Und das war's bereits für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.